Ruizzi und hallo, wir spielen Dirty Bomb auf dem Klo. Wolle ich irgendwie schon immer mal nichts sagen, aber egal. Hey Leute, wir spielen Dirty Bomb. Wie immer, wir sind Jimmy Jules. Auch wie immer. Das ist absolut geniales Spiel. Das ist der Burner. Hört alle auf zu heulen, es wird sich bald ändern. Es wird sich bald... Ich habe noch kein Heulen gehört, ehrlich gesagt. Ja, aber ich könnte da, die wir uns keine zugucken bei diesem Scheißspiel. Vielleicht auch, weil wir keinem zuhören, der uns zuguckt. Wir machen irgendwas falsch, oder? Wir hören nicht zu, die gucken nicht zu, ja. Ich würde sagen, das erklärt, warum wir keine Leute haben, die... Warum spielt ja eigentlich jeder mit Phantom? Hat er da Lust drauf? Phantom, der ist doch gar nicht in der Rotation, oder? Ach doch, ne. Ach, ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, bei meinem Gokaufen-Bänden ist so ein Bild. So ein, so ein, so ein, so ein, ne? So eine Uhr, als ob der... Okay. Gerade in der Free-Rotation war. Oder Sieber. Ich weiß nicht, ich gehe da einfach mal durch. Interesting. Aber okay, wenn es funktioniert. Einfach mal gucken. Ein bisschen sneaken, ne? Auf sneaken? Ich will Phantom. Läuft. Und ich bin mit Dings schon da. Bin vor dir. Aber ich bin schnell am Blenden. Das ist hier aber egal. Nein, das ist nicht, weil ich dann aufhöre. Aber ich habe vor dir angefangen. Hat funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, unser Gegnerteam, auch wenn das... Waren wir nicht gleichzeitig da? Äh, also, ich habe dich nicht mehr gesehen. Ich habe dich bei mir überholt. Aber hier stand auch gerade kurzzeitig disconnected. Ja, das hat sich richtig gelohnt aufzunehmen. Vor allem ist Painkiller noch gar nicht gespawnt. Ja, ich rede gerne mit mir selbst. Hat dein scheiß Geschütze mir jetzt erst auf zwei Kills geklaut? Alter, ich habe den einen mit der Diegel verfolgt und mit der Diegel getötet. Den Kills hast du gekriegt, weil der Geschütze angefangen hat. Den einen habe ich ganz klar... Und zwei habe ich gemästert, wo ich das Kills nicht mehr gekriegt habe. Ja, war eine geile Folge, liebe Leute. Ja, ich würde sagen, wir sind richtig, oder? Ja, ich denke auch. So, da sind wir auch schon wieder. Wir spielen mal wieder Deutibomb. Ha. Ihr vielleicht noch... Die Folge hat doch gar nicht aufgehört. Ich weiß, ist doch nicht schlimm, aber ich will es ja trotzdem ankündigen. Jimmy ist jetzt übrigens im Gegnerteam. Also nicht wundern, wenn ich jetzt sterbe. Ach, das Geschütze konnte ich jetzt nicht mit zwei Schüssen töten? Nein. Nicht gut funktioniert. Das hat zwei Schüsse von der Schufbitte abgegriffen, bevor das Ding aufgestellt war. Das war natürlich nicht so ideal, ne? Wow. Äh, ja, ich gehe mal wieder. Ach, da habe ich aber schlecht geschossen. Ich schieße immer noch schlecht. Ja, da habe ich aber schlecht geschossen, ja. Scheiße. Aber da, geile Verteilung. Fünf gegen drei. Du könntest wechseln, wenn du nicht so was steht, dass du Bock hast. Mach ich, glaube ich. Wenn ich meine Punkte mitnehme, mache ich das auf jeden Fall. Ich meine, Dominate ich gerade. Ja. Und weil du campst bei fünf gegen drei, das ist irgendwie gut. Ich camp gar nicht, das war mein Geschütz. Ich habe damit nichts zu tun. Noch schlimmer. Entschuldigung. Das hier ist campen. Wobei eigentlich auch nicht das Objective Play. Aber ja, ich sehe, was du sagen möchtest. Naja. Zweimal mehr zu sein oder zu campen, ist halt absündig. Soll ich wieder machen, was er will. Aber es ist halt absündig. Genauso wie das, muss ich dir leider sagen, ist aus meiner Sicht absündig, wenn man zweimal mehr als sich auf einem relativ starken Geschütz zu setzen kann. Das kann ja jeder halten, wie er möchte. Aber ich finde das traurig. Ja, aber die Diskussion hatten wir schon mal mit der oppositären Seite. Ja gut, aber das ist ja irre geworden. Ja, das ändert mich ja, die Tatsache. Naja, das ist es halt. Aber ich sterbe ja hier auch nicht. Er hat jetzt die Chance gehabt, die hat er nicht genutzt. Hast du mal gesehen, was um dich herum ist, hat keiner eine Chance. Ich gar nicht würde ich es töten. Gerade wenn du der scheiß Geschütz stehst. Also jetzt bitte ich dich aber. Kannst auch dir manchmal deine Bespät schönreden, was? Ja, das können wir wohl alle ganz gut. Ich würde dich von dir auch anders schießen. Ja, danke. Also, du willst erzählen, dass du das nicht kannst? Ich bin tatsächlich relativ 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 realismus verbunden. Ich weiß, dass du das gelten selten mal einem mir zugestehst. Ja, absolut nicht. Ich weiß nur, dass du die Realität gerne mal nicht siehst. Aber ich bin relativ realismus verbunden. Jetzt ist ja langsam ausgeglichen, ne? Ja, jetzt wo das Spiel fast durch ist. Herzlichen Glückwunsch. Ja. zumindest werden es zwei kurze folgen keine eine lange ich nervt das auch hätte ich mich selbst umbringen müssen wenn überhaupt also hör auf zu reden nein hält in diese mauer von dem typen nein kein trottel ich bin reingelassen ich habe sie tatsächlich sogar gesehen die aussage war schon richtig die aussage mit trottel blablabla 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 ja in diesem tss herrscht liebe absolut nicht ich dachte wir hängen noch eine dran ok liebe leute ich moderiere ab wir sind cool